Der Brexit und die Wiederholung der Österreich-Wahl versetzen offensichtlich die europäischen Funktionärseliten in Aufruhr. Im letzten Video habe ich bereits NDR-Propaganda-Frontfrau Anja Reschke auseinandergenommen, die glaubt, Demokratie und die Selbstbestimmung des Volkes sei etwas für Loser. Im heutigen Video bekommt Regierungssprecher und BRD-Apparat-Schick Steffen Seibert sein Fett weg. Hallo Freunde, Hagen Grell hier mit einem weiteren Antwortvideo und mit einem Tribut heute an die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, die sich in ein paar Tagen wieder jährt. Fangen wir also an. Einen schönen guten Tag. Die Briten haben sich gerade in einem Referendum für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Und hier bei uns im Netz gibt es jetzt viele Fragen. Warum haben nicht auch wir in Deutschland die Möglichkeit zu solchen nationalen Volksbefragungen? Und stellvertretend für diese Stimmen zitiere ich mal Markus Schulz. Er schreibt, stimmt es, dass Frau Merkel Volksbefragungen ablehnt? Das Video hat gerade erst angefangen und schon habe ich schlechte Laune. So viele Tricks und Kniffe, die in diesem ersten Abschnitt drin waren. Erstens, es geht nicht um Volksbefragungen. Das Volk wird nicht einfach nur gefragt. Es stimmt ab. Es bestimmt selbst. Es wird nicht nur gefragt. Und das wird wieder versteckt in diesen Begrifflichkeiten Abstimmung und Befragung. Befragung ist sowas wie eine Umfrage. Eine Abstimmung entscheidet. Es geht um Abstimmungen, nicht um Befragungen. Keiner interessiert sich für ihre Befragungen. Es geht um die Abstimmungen, Herr Seibert. Zweitens war die Frage, können wir das in Deutschland haben? Das ist die eigentlich relevante Frage. Können wir das in Deutschland haben? Und dann nehmen Sie die Frage, die bedeutet, was denkt denn Frau Merkel darüber? Worum geht es denn hier eigentlich? Es geht um die Abstimmungen. Es geht darum, warum wir keine Abstimmung haben können. Es geht nicht darum, ob Frau Merkel denkt, dass sie mal die Leute fragen sollte. Lieber Herr Schulz und liebe andere, es geht gar nicht um die Kanzlerin oder um sonst jemanden. Richtig erkannt, Herr Seibert. Warum haben Sie also diese Frage ausgewählt? Es geht um unsere Verfassung. Wir sind eine repräsentative parlamentarische Demokratie. Herr Seibert sagt, wir sind eine repräsentative parlamentarische Demokratie. Zwei Fragen. Erstens, stimmt das überhaupt? Sind wir überhaupt repräsentiert, wenn Frau Merkel sagt, was vor der Wahl versprochen wird, muss nach der Wahl nicht gehalten werden? Und zweitens, muss das so sein? Oder darf sich ein Volk selbst bestimmen? Darf ein Volk selbst bestimmen, welche Regierungsform es haben will? Das Grundgesetz sagt in aller Klarheit und in aller Schönheit, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen, ich verkürze den Satz jetzt etwas, ausgeübt. Artikel 20. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wenn wir genau diesen Punkt betrachten, Herr Seibert, sollte doch glasklar sein, wer entscheidet, ob es Volksabstimmungen gibt oder nicht. Übrigens auch sehr interessant, Artikel 20 Absatz 4, worin steht, dass das Volk das Recht zum Widerstand hat gegen jeden, der versucht, diese Ordnung abzuschaffen. Das heißt, gegen jeden, der versucht, die Macht vom Volke wegzunehmen. Das heißt, wenn die Regierung jetzt versucht, diese Entscheidungsgewalt vom Volk wegzunehmen, dann hat das Volk das Recht zum Widerstand gegen die Regierung. Hier ist übrigens auch sehr interessant zu untersuchen, wie dieser Artikel Einzug in unser Grundgesetz gehalten hat. Nämlich durch den Einfluss der Vereinigten Staaten von Amerika, die als Siegermächte im Geiste ihrer Unabhängigkeitserklärung diesen Artikel ins Grundgesetz mitschrieben, vielleicht, um im Falle einer sowjetischen Besatzung die Deutschen kampfbereit zu machen. Als Tribut an diese Unabhängigkeitserklärung möchte ich jetzt einen kleinen Ausflug dazu machen. Und das wird uns auch den Geist ein Stück weiter öffnen, um Herr Seiberts Worte nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wenn es im Lauf menschlicher Gegebenheiten für ein Volk nötig wird, die politischen Bande, wodurch es mit einem anderen verknüpft gewesen, zu trennen und unter den Mächten der Erde eine abgesonderte und gleiche Stelle einzunehmen, wozu selbiges die Gesetze der Natur und des Gottes der Natur berechtigen, so erfordern Anstand und Achtung für die Meinungen des menschlichen Geschlechtes, dass es die Ursachen anzeige, wodurch es zur Trennung getrieben wird. Übersetzt heißt das, wir möchten ein selbstständiger Staat, ein selbstständiges Volk werden. Wir glauben, wir sind dazu von Natur aus berechtigt und wir sagen euch jetzt, warum. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sich von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Recht nach Glückseligkeit. Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Ganz große, starke Werte, das heißt das Recht nicht umgebracht zu werden, das heißt das Recht auf Freiheit, so weit wie es eben mit den Freiheiten der anderen vereinbar ist und das Streben nach Glückseligkeit. Das heißt, man muss kein miserables Leben führen, man hat das Recht nach einem tollen Leben zu streben. Und natürlich wieder die Aussage, es ist, Sie sagen hier von einem Schöpfer, es ist naturgegeben, dass wir diese Rechte haben. Niemand muss uns das erlauben, dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten. Dass sobald einige Regierungsformen diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze gegründet und deren Macht und Gewalt solcher Gestalt gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihre Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu sein dünket. Wieder zusammengefasst, das Volk gibt sich seine Regierung und die Regierung ist der Diener des Volkes. Wenn die Regierung nicht mehr der Diener, sondern der Herrscher, der Diktator des Volkes ist, darf die Regierung verändert oder abgeschafft werden und eine neue Regierung nach Gutdünken des Volkes wieder eingesetzt werden. Zwar gebietet Klugheit, dass von langer Zeit her eingeführte Regierungen nicht um leichter und vergängliche Ursachen willen verändert werden sollen. Und demnach hat die Erfahrung von jeher gezeigt, dass Menschen so lange das Übel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, als sich durch Umstoßung solche Regierungsformen, zu denen sie gewöhnt sind, Selbstrecht und Hilfe zu verschaffen. Eine kleine interessante Beschreibung der menschlichen Natur, nicht nur der deutschen Natur, so lange zu warten, wie es noch irgendwie erträglich ist und erst dann aktiv zu werden, erst dann in die Selbstbestimmung zu gehen und etwas zu verändern, wenn man es wirklich nicht mehr aushalten kann. Und dieser Punkt war damals gegeben. So hier die Beschreibung, wenn das Volk lange genug gegen seinen Willen behandelt wurde und die Regierung immer totalitärer wird, dann hat das Volk das Recht zum Widerstand. Dies war die Weise, wie die Kolonien ihre Leiden geduldig ertrugen. Und so ist jetzt die Notwendigkeit geschaffen, welche sie zwingend, ihre vorigen Regierungssysteme zu verändern. Die Kolonien haben ihre Leiden lange genug ertragen und haben sich dann unabhängig gemacht. Zurück zu Steffen Seibert. Dieser Grundgesetzsatz, den ich gerade zitiert habe, der hat ja das Wort Abstimmung mit drin. Das Grundgesetz ist also nicht grundsätzlich dem Thema Volksbefragungen, Volksabstimmungen verschlossen. Da muss ich Sie gleich mal wieder unterbrechen, Herr Seibert. Wer bestimmt denn wen? Das Grundgesetz, die Bevölkerung, das heißt eine leblose Schrift, eine Menge von vielen lebenden Wesen oder andersherum. Aber es sieht für die Bundesebene nur einen Fall vor, in dem eine Volksbefragung möglich wäre. Und das ist, wenn es um eine Neugliederung des Bundesgebiets ginge. Mist! Na, wenn das so ist und nur das im Grundgesetz steht, dann müssen wir natürlich aufgeben. Ach, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, dass der Bundestag ein Gesetz für Volksabstimmungen verabschiedet. Und wenn der Bundestag das nicht will, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, dass wir einen neuen Bundestag wählen. Und wenn der Bundestag gegen die Demokratie ist, wenn es doch nur eine Möglichkeit zum Widerstand im Grundgesetz gäbe. Und wenn uns das Grundgesetz nicht passt, wenn es doch nur eine Möglichkeit zur Änderung des Grundgesetzes gäbe. Und wenn uns unser Grundgesetz komplett nicht passt, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, uns eine komplett eigene Verfassung zu geben. Und wenn uns das auch nicht passt und wir keine alten Gesetze mehr wollten, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, uns als freien Menschen selbst und unabhängig zu erklären. Moment, das können wir doch alles. Also das ist unsere Verfassungsordnung. Und die hat sich nach meiner festen Überzeugung, nach der der ganzen Bundesregierung, bewährt. Na aber Herr Seibert, es ist doch logisch, dass Sie das so sehen. Der Fleischer wird mich nicht zum Vegetarier machen. Und der Vegetarier wird mich nicht zum Fleischfresser machen. Es ist in Ihrem ureigensten Interesse, dass alles so ist und dass es so bleibt. Sie sind Regierungssprecher. Sie bekommen Ihr Geld und Ihren Ruhm aus diesem System. Weil sie die besten Instrumente gibt, die immer komplexer werdenden Themen zu demokratischen Entscheidungen zu führen. Woher wissen Sie, dass das die besten Instrumente sind? Haben Sie dafür einen Beweis oder ist das nur Ihre Meinung? Haben Sie eine Metrik, etwas, woran ich das messen kann? Zwar Entscheidungen, die dann eben auch unterschiedliche Interessen berücksichtigen. Sie meinen zum Beispiel die Interessen von Nestle, von Walmart, von Monsanto, von McDonalds? Oder wessen Interessen meinen Sie? Dieses System ist mit Wahlen, mit Bundestagsdebatten, mit Anhörungen, mit Gesetzentwürfen usw. sicherlich nicht immer eines, bei dem man schnell zu Entscheidungen kommt. Das wiederum würde ich bezweifeln, Herr Seibert. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, jedes Mal, wenn eine EM ist oder eine WM oder irgendein anderes Großereignis, winken die Parlamentarier plötzlich im Schnelldurchlauf eingesetzt nach dem anderen durch. Daraus werden demokratisch legitimierte Entscheidungen, die Bestand haben können, weil eben auch verschiedene Meinungslager sich in einer Lösung wiederfinden können. Jetzt bin ich ehrlich verwirrt, Herr Seibert. Haben Sie im letzten Abschnitt vielleicht in Wirklichkeit von Volksabstimmungen gesprochen? Das heißt Volksabstimmungen mit vorangegangenem öffentlichen Diskurs? Ich spiele Ihnen den letzten Abschnitt von Herrn Seibert nochmal vor und stellt euch mal vor, dass er in Wirklichkeit von Volksabstimmungen mit vorangehendem demokratischen öffentlichen Diskurs spricht. Wenn ich hier in unseren Kommentaren jetzt lese, dass manche Nutzer das Wort Demokratie in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland in Anführungszeichen setzen, dann macht mich das schon wütend oder traurig oder beides. Dann ist ja gut, dass Sie so ein emotionaler Eisblock sind und von Ihren Emotionen bei mir null ankommt. Wir haben alle das Glück, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, der uns seit Jahrzehnten den inneren Frieden sichert. Wieder zwei Fragen. Erstens, leben wir überhaupt in einem demokratischen Rechtsstaat? Das heißt, ist dieser Staat noch so demokratisch? Und zweitens, ist es überhaupt noch ein Rechtsstaat? Und zweitens, ist dieser Rechtsstaat tatsächlich die Grundlage dafür, dass wir hier so friedlich gelebt haben? Oder vielleicht die gute wirtschaftliche Situation, die den Menschen Zufriedenheit gegeben hat? Perfekt ist er nie. Wir werden immer weiter an ihm arbeiten müssen. Und er wird vor allem immer weiter auf eines angewiesen sein, auf engagierte Bürger. Richtig, dieses jetzige Staatssystem ist darauf angewiesen, dass wir uns immer noch als seine Bürger betrachten und nicht als freie Menschen, die auch den Staat hinter uns lassen könnten und einen eigenen neuen Staat, ein eigenes neues System für uns gründen könnten. Also in dem Sinne, auf Wiedersehen. Freunde, ich freue mich, dass ihr es mit mir gemeinsam bis hier und durch gehalten habt. Steffen Seibert schaue ich mir wirklich nicht gerne alleine an. Der Mann wirkt von seinem jetzigen Funktionärs-Dasein innerlich zerfressen und traurig. Anja Reschke schaue ich mir wenigstens noch gerne an, weil ich sie irgendwie ganz süß finde. Aber Steffen Seibert wirkt wie jemand, der innerlich gegen eigenen Widerstand kämpft und der den Status quo aufgrund seiner Funktion gegen sein eigenes Gewissen verteidigt. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir ein paar Spenden da, um das Programm zu unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschau. Ihr kommt, um als freie Männer zu kämpfen. Und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit?